Geschätzte Nidwaldnerinnen und Nidwalder, herzlichen Dank, dass Sie sich kurz Zeit nehmen, um sich zu informieren. Der Verein IG Massvolle Flugplatznutzung Nidwalden ist ein parteiübergreifender Zusammenschluss von Landräten und Privatpersonen. Wir haben es zum Ziel gesetzt, Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Nidwalden möglichst umfassend zur Abstimmung vom 26. November über einen 10 Millionen Objektkredit für Flugplatzbuchs zu informieren. Mitsprache mit einer 50%-Beteiligung. Eine 50-50-Beteiligung erachte mir als komplett falsches Werkzeug. Bei der Privatwirtschaft werden diese Konstrukte verhindert, sind undenkbar und wenn es auch nur geht, werden diese vermeiden. Man hat ein PAD von den ersten Minuten an. Die Firmen mussten bereits liquidiert werden, weil sie so handlungsunfähig geworden sind. Dem Stimmbürger wird jetzt eine faire 50-50-Lösung vorgestellt. Eine Lösung, die es ermöglichen soll, jederzeit Einfluss auf einen Partner Pilatus zu nehmen. Der Regierungsrat argumentiert, man wisse ja nie, was bei einem Besitzerwechsel in Pilatus alles passieren könnte. Wie soll Einflussnahme gehen ohne klare Mehrheitsverhältnisse? Das geht nur in Schönwetterphase, wenn wir das heute haben, wenn man gegenseitiges Einverständnis hat. Gerade in dem Fall, wenn die Mitsprache nämlich wichtig wäre, funktioniert es eben nicht. Was passiert, wenn in 10-15 Jahren, was wir ja alle nicht hoffen, tatsächlich einigen anderen Besitzverhältnissen bei Pilatus herrscht? Wenn diese Uneinigkeit zum Betrieb des Flugplatzes herrscht, was nicht sind diese 50%-Anteile? Nein, denn die andere Seite beharrt auch auf ihren 50%- und argumentiert, sie sind gleichwertig. Man ist völlig blockiert und braucht einen Richter. Genau darum muss die Mitsprache eben nicht mit einer unwirksamen 50%-Beteiligung erfolgen, sondern über Abgabe von Baurechten, Abschluss von Verträgen und Erteilung von Bewilligungen, so wie das die Kantonsaufgabe eigentlich normalerweise ist. Egal, wann Pilatus gehört, solange sie Flugzeuge produziert, braucht der Besitzer von Pilatus Pisten, Rollweg, Tower und einen verlässlichen Gesetzgeber. Das reicht für die Mitsprache. Weitere Informationen finden Sie auch in diesem Video zum Thema Mitsprache erkäufen. Der Flugplatz funktioniert auch ohne unwirksame 50%-Beteiligung. Der Kredit ist unnötig. Darum sagen wir am 26. November Nein.